Hallo, liebe Deutsch-Lernende! Ich bin hier bei einem buddhistischen Tempel. Ich mache gerade eine Tour und ich wollte euch einmal zeigen, wie schön es hier aussieht. Ja, also wir haben hier diese schönen Verzierungen. Ja, diese schönen Verzierungen. Das Gebäude hier ist verziert. Ja, sehr viele schöne Dekorationen und so weiter. Und hier ist eine große Buddha-Statue. Vielleicht zeige ich euch die nochmal in einem anderen Video und ich werde mich mal drehen, so dass ihr hier die ganze Umgebung betrachten könnt. Es ist hier sehr ruhig, sehr schön, sehr friedlich. Und ich kann hier zum Glück filmen, weil hier viele Touristen sind. Deswegen ist das in Ordnung. Aber normalerweise sollte man hier vielleicht nicht filmen. Ja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später!